Der Jörg startet heute für Griechenland. Das ist das FETA-Team. 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 Das FETA-Team. Das ist das FETA-Team. Das ist das FETA-Team. Das FETA-Team. Das ist das FETA-Team. Das ist das FETA-Team. Das ist das FETA-Team. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Jetzt sind wir ja noch nicht viel gefahren. Es ist aber schon wieder gut ausgefahren. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir die ganze Sprecke in den Brünen sehen. Boah, der ist auch giftig. Der liegt ja, wo meine Lieber waren. Der liegt doch gut. Ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich in der letzten Runde war. Sonst hätte ich hier noch mal, sonst hätte ich hier noch mal kaputt gegeben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 No, also beim nächsten Mal. Das ist auch los. Ich habe das Foto. In der Aufnahme. Herzlichen Glückwunsch. Und hier, das ist der Mika. Der wäre auch empfohlen gewesen, wenn er die kippt wäre. So, und jetzt kommen wir zum dritten Platz. Wer mag denn nur der dritte diesmal geworden sein? Wirklich den Sebastian nach vorne. Ich hab die Feitsche. Geil. Ich hab kleine Feitsche. Wir haben den Feitschen Bausatz. Wo ist er? Der Mike. Super. Das ist nicht die Freundin. Und dieses Jahr hat er uns alle an der Wand gefahren. Bennett! Ich bitte den Bennett mal nach vorne. Sauber. Das war's. Vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt. Ich bin blöd zu dir jedes Jahr. Und extra wird es besser. Wer mag. Und viel mehr Dankeschön für die Arbeit. Auf jeden Fall. Für die Arbeit immer an Mario. Für den Ordenbasteln und hin und her an dich. Danke schön. Auch noch an die Frau. Super. Du weißt dann. Du hättest das dritte Mal gewonnen. Jetzt hättest du ein Leben lang voll fahren. Das ist echt. Wenn ich euch denn nicht anfing würde. Du weißt dann drei Tag. dich auch feeling like. Es GPS in den Augen und Schön undgestellt. Und das Messcache für die Ruhe. Findest du ajor in meinem標 refrigerator. Toll als Gardnern. Untertitelung. BR 2018